Schilds werden auch noch aus den Mieter funktioniert und lässt willkommen halt jetzt nirgendwo an die Eier Tastenbelegung Jörn ist raus ja wir brauchen sie jetzt noch nicht er muss es selber fahren ja und ich glaube ich glaube das schaffst du noch ich bin alt jetzt probiert das rum ich weiß noch mal was kannst du halt auch nicht sagen und Pat, wo bin ich jetzt eigentlich reingefahren ich kann mich nicht erinnern dass es eine Tastenkombination war gut damit alt das war alles möglich was du mir gesagt hast die zwei Kälte wie keine Ahnung die Gäste Euro meine Güter dann halt nicht so er ist erfolgen mit ihm nichts gemacht vielleicht mal zu zweitem das ähm meiß es ist verdorben an nie auspasst so gut raps ist ich glaube auch soweit schon das sind wir ja hier und als kälbchen Kuh Früchte Wachstum die Rügen in der Art in der Reihe von den Wachstum so vollmerkwürdig ist du mein Freund Lama 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 das sind die hier aber nicht die meine Aufgabe gehen da damit auch was tun kann wirst du zu raps er ist zu weit rein du Idiot hast keine Bremse das der Typ fährt erst mal wieder in den Raps wieder zehn Euro weniger es wird von ihrem Lohn abgezogen das wissen sie ich weiß gar nichts okay also da kannst du nicht lernen oder ja wenn man erwarten so und angeblich es geht das neue Wachstum letzte Wachstum stufe das war ein bisschen dann kommen wir ein schlepper mit der haben wir hier aber die probiert zu Excel er damit klein verbreitet das allemal 3 Euro Lohnzahlungen den zu den Lohnzahlen hat er nichts gemacht die Kälter ist teuer wir haben ein bisschen Schnauze halten Wer ist ich? Willst du ernten? Ist mir egal wie du bist. Du kannst das viel besser. So, Raps ist fertig. So. Ähm, Geräte ausfallen. Kann man hier dann... Aufklappen. Einfach einstarten. Denk. Ich hab Helfer. Fahr mal. Mach Arbeit. Nee, ne, wir fährt keiner vorbei. Brauchte ich keine Sagen machen. Und ihr muss er erst sein. Na komm. Junge. Gib komm hell. Din, di, din, dum, dum, dum. Oh, bist du? Wo ist die Schaffer sich? Ich schaffe es. was natürlich hier wird perfekt eingepackt los geht's wir hätten zwar einen schnelleren nehmen können aber weißt du was ich stell einfach den Helfer ein und schau zu wie er tut du machst das schon du musst aber den Helfer vorfahren lassen weil er muss umdrehen der braucht Platz ich weiß ja nicht was der mal macht ja du hast mich gleich zu reden ich weiß es auch nicht was macht der Helfer da oben? ich glaub der kommt auch nicht zurecht oder? wohl wo der man auch grad wende man über ich den Weg pardon aber er hat redet um das ist gut ja aber das Problem ist macht er jetzt weiter ja kreis halt hört er auf wenn er mich nicht findet ja ja wenn er sich nicht findet bleibt er stehen das hätte ich wieder findet und dann ich brauch einen größeren Wendekreis als er irgendwie bis ja das ist klar ja das ist klar etwas länger doch hast du recht dafür mach ich aber auch Direktwendung und fahr nicht noch rückwärts ja du brauchst dann einfach zum Schluss halt einfach weiter ausholen wenn du schon merkst dass du zum Schluss kommst kannst du schon weiter rechts fahren der Stahl geht ja weiter so ich warte mal bis mein Freund hier kommt da sperre ich die Straße hier darf keiner fahren weil stellt er sich auf die Straße halt als Figur und sperrt die Straße ja damit er umdrehen kann dann vor allem es ist gar kein Verkehr ist der Verkehr aus? eigentlich nicht Helfer einstellen ja zwinkendurch neue Fehler erstellen weil zeigst du alle möglichen Dinge vom Server ja könnt ihr so richtig wissen sie haben eh die Karte nicht haben sie die Karte nicht wie haben sie den KenBot ja es können wir nicht let's play neu ist echt halt also das ist schon die richtige Lahn ne? ja eigentlich schon ja stop and go Motorstart Helfer bedanken Gülle Gülle Helfer bedanken Dünger oh mein Freund schnell hopp hopp mit mir muss den abfahren eigentlich könnten wir uns doch reinsetzen so Helferlein wo haben wir denn Röhrchen aus hier? ich fühl mich aber schon irgendwie benutzt also ich mach hier was und der Typ ja ich mach auch was guckst du ich war auch neben ran hier ja für dich baum die d d d d d d d d d auf könnte man die Anzeige oben in die Mitte packen 2 das das weiß keiner Ich bin gerade echt überfragt ja ich weiß auch nicht mal das ist mit dieser Scheiß, das ist eine Kombination Steuerung rechts das muss ich glaub ich es Nein Steuerung wo? Ähm Ne Steuerung nach unten Wenn du halt irgendwas von Falters liegen Steuerung nach unten Steuerung nach unten Das ist ein bisschen besser wenn du dann D Da fahr ich einfach an den Brand vorbei Bist du zu schnell unterwegs? Oder obwohl das auch irgendwie cool ist wenn du so einfach hier hinten raus schaust Ja, rein theoretisch Oder so normalerweise niemand fahren kann weil man sieht ja nichts Ja, normal ist das immer vorrückwärts vorrückwärts So, Helfer H wird ein Objekt blockiert Das ist meiner Helfer Hexler Ne, der tut das einfach durchfixen Ich mein, deine heißt ja A Wohin weißt du das? Achso, auf der Karte Weil es auf der Karte steht Stimmt Aha, cool Das haben sie auch neu Dass du weißt, wer wer ist Ja, warum haben wir einen kleinen Gruber? Brauch doch kein Mensch Für Mais Brauch doch kein Mensch Bei Mais keine Direktsaat unterstützt Wir sind da für ein Blöden Das heißt Das heißt Sagt schon alles, gell? Was ernte ich hier Mais Ja, nein Das werden wir machen es auf die BG Ake Den wir dadurch Geld Ja Ne Ne, ja, so gesehen schon, also Wir müssen mal was verkaufen Wer hat die Sähmaschine wieder verkehrt eingepackt Ich kriege die Krätze mit euch Ich Ja, warum hast du das? Dann kann ich durchfahren Kann sie eben nicht durchfahren So Nein Wenn die belegt ist Wer der dünge Steuernwege ist noch Warum nicht aufgeladen? Gut, Meister Ich stelle alle Geräte ordentlich an den Platz Und ich betanke sie vorher wieder voll Und stelle sie in den Werkszustand wieder her Möchte ich auch Putze sie zuerst auch noch Ja, ordentlich schrubben mal Immer diese Ansprüche Ja, klar doch Was denkst du denn? Was sag ich denn auf Arbeit auch Für welchen Lohn denn? Für wehenden Für wehenden Für wehenden Der Friedrich Fien friedlich Fien friedlich Kümel So was pflanz mal an Ja irgendwas halt, aber nicht Muss zuklappen Ja, wir auch gemacht Das Ne, jetzt geht's sogar Saat B Z Soja Bohnen? Weiß nicht, was bringt uns denn viel Soja Bohnen? Musst ja mal so denken Wir müssen ja eigentlich mal schauen Soja Bohnen bringen uns halt eigentlich recht viel Weiß halt, ob da sehr wenig rauskommt Ich hab jetzt grad nicht die Zahlen vor mir Ich könnte sie aber kurz mal holen Diese Zeit muss sein Moment Beschreiben zu wenig auf WhatsApp Gott sei Dank Dann wieder zuviel Soja Bohnen Laanflau Rape Beet, bauley Potato Davon Soja Bohn Rape oder wie? Bienen, Sojabien Und du sagst Soja.com 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kann man mit uns an normalen Dings ernten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sind's aber Also hab ich irgendwie die neuen Fruchtsorten nicht drin in dem Area, den ich auslese für das Zeugste Ja, das kannst du mit normalen ernten Wir können sie einfach mal pflanzen Kommen normal schnell der Kutter und pflanzt das Wir haben Saat gewählt, Soja, Bohnen und dann Werde glücklich HVD bitte ein Objekt blockiert, Herr Nürnberg So, da kommt andere Folie Mal die man abdanken Komm schon, Drehung Habt ihr, wir haben schon drei Helfer am Laufen Läuft bei uns, oder? Wenn du eigentlich freigst 3 Meter, oder? Ja, ich hab wieder Vorher und hinten Vorher und hinten Gessen hat das gewohnt Vorher kannst du euch fahren Also, ok Komm Junge, pack den Röhrchen aus Das ist halt, wenn er dann So schnell rumschwenkt Und man nichts weiter ausholt Und ja Ja, mei Wenn man nicht bedenkt, dass man 2 Meter lang ist Und Es ist aber ist Es ist aber ist So, macht, äh, machst du Was machst du eigentlich, außer jetzt hier die Helfer hier koordinieren Ja, eigentlich Helfer kolonieren und abfahren, die Helfer Ja, nein Wer mag hier momentan letztlich ab? Du selbst Wenn wir bräuchten Überladenwagen Ja, da bringt dir Ich kann dir einfach irgendwo einen riesen Haufen hinkippen und da musst du dich drum kümmern Ne Doch Das ist doch einfach Man haben ja oben nichts Das wird doch eine Frontlage Geil Bitte nicht einen Haufen abkippen, so Freundlich sein Jetzt wird das wenigstens haben So Ich bringe mal Rapses Lager Können wir vielleicht was wegen Hangout erklären? Könnt ihr mal machen, dass wir nicht bei Könnt ihr mal machen, also wir tun via Hangout unsere Ansichten Streamen Streamen aber Keinein Seiten Dann wir